Morgen gibt es ein Jubiläum, die 25. Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Vielen Dank an euch, dass ihr euch das immer wieder anhört, dieses Podcast-Angebot von mir. Ich hoffe, ihr seid damit zufrieden, wenn ich, wenn es was zu meckern gibt, gerne über die sozialen Netzwerke, die Kritik an mich oder auch Vorschläge, wie man es besser machen kann. Morgen habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir in der Sendung. Das ist Rainer Karmund, der Ex-Manager von Bayer Leverkusen. Mit ihm habe ich natürlich die Fragen beantwortet, die die Fußballfans jetzt interessieren in der Fußballrückrunde. Wer wird Deutscher Meister? Wer steigt ab? Wer kommt in die Europapokalplätze? Ganz interessante Fragen, ganz interessante Antworten vor allen Dingen. Und wir haben auch darüber hinaus noch über ein bisschen Privates von Rainer Karmund gesprochen. Wie geht es ihm? Was macht er jetzt? Das ist die morgige Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog, eine Silber-Ausgabe, 25. Mal. Würde mich freuen, wenn ihr einschaltet und mal eure Kommentare dazu hinterlasst. Dankeschön, bis morgen. Viel Spaß beim Hören.